Hallo Leute und willkommen auch heute wieder zu einer kleinen Meldung, so viel zwischendurch, und zwar nochmal aus dem Wahlkampf bzw. zu lächerlichster, billigster, widerlichster Propaganda an der Supermarktkasse. Gut, vielleicht nicht an der Supermarktkasse, mehr so am Supermarktregal, allerdings macht es das auch nicht wirklich besser. Aber worum geht's? Na ja, schauen wir uns mal an, was ein namhafter Supermarkt im besten Absurdistan aller Zeiten nun offensichtlich für sich entdeckt hat. Statt sich darauf zu konzentrieren, gute Ware, gute Lebensmittel zu bezahlbaren Preisen an die Bevölkerung zu verkaufen, haben sie nun offensichtlich umgesattelt, und zwar auf politische Indoktrinierung. Die Rede ist von Edeka, einem doch relativ namhaften großen Händler, der dutzendfach, hundertfach, tausendfach am besten Absurdistan aller Zeiten mitunter in jeder kleineren und größeren Stadt vertreten ist, eigentlich auch dafür bekannt ist, doch ein relativ breites Sortiment zu bieten, eine gute Auswahl zu bieten, aber eher ein bisschen hochpreisiger zu sein, aber bisher einen relativ guten Ruf hatte. Nun aber, hat man offenbar, wie gesagt, erkannt, wir haben ja Wahlkampf und es kann ja nicht sein, dass die Bevölkerung selber entscheidet, was sie wählt. Nein, deswegen wurde kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg noch schnell eine Anzeige geschaltet, geschaltet, die folgendermaßen aussieht. Ich halte es euch mal ins Bild und dann reden wir da gleich drüber. Edeka schreibt, Zitat, warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht. Bezieht sich natürlich auf die Parteifarben, denn die AfD hat ja nun als Parteifarbe Blau, ist übrigens meine Lieblingsfarbe, das ist nur so am Rande. Aber da soll nun suggeriert werden, Blau ist böse. Und dafür hat Edeka auch eine Beweisführung, bei der man sich weghaut. Die lese ich euch mal im O-Ton vor, denn man kann es sich nicht ausdenken. Gelbe Bananen, rote Tomaten, grüner Salat, violette Trauben, orange Möhren, pinke Drachenfrucht. In der Edeka Obst- und Gemüseabteilung herrscht die bunte Vielfalt. Oder etwa doch nicht? Fragezeichen. Wer genau hinsieht, sieht eine Farbe nicht. Blau. Und das ist kein Zufall, denn blaue Lebensmittel sind ein Warnhinweis der Natur, der uns sagt, Achtung, ich könnte unverträglich sein. Also allein in dem ersten und zweiten Absatz sind schon so viele inhaltliche Fehler, da reden wir gleich drüber, aber wir lesen erstmal den Rest. Die Evolution hat uns gelehrt, Blau ist keine gute Wahl. Und wo wir bei Wahlen sind, nicht nur bei Obst und Gemüse, ist Blau der natürliche Feind gesunder Vielfalt. In Deutschland sind die Blauen schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft. Holla, die Waldfee, darunter machen wir das nicht, ne? Lasst uns also zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September die Warnhinweise richtig lesen. Für ein verträgliches Miteinander sorgen, denn wir lieben Vielfalt. Edeka, fangen wir mal beim letzten Punkt an. Wir gehen mal von hinten nach vorne, ne? Eher so einmal quer ins Gemüsebeet. Die größte Bedrohung für eine vielfältige Gesellschaft sind religiöse Extremisten, die auf offener Straße andere abmurksen, wenn sie nicht deren Lebensweise teilen. Das ist nämlich in der Regel eine wirkliche Bedrohung für nicht nur eine Gesellschaft, sondern vor allem auch die verschiedenen Individuen, die einfach nur in Frieden leben wollen. Aber das vorweg, jetzt wollen wir über Obst und Gemüse reden. Blau wäre also der natürliche Feind einer gesunden Vielfalt. Ah, also komischerweise gibt es da so etwas Unangenehmes, habe ich nämlich jetzt gerade mich mal so ein bisschen eingelesen, gibt es so etwas Unangenehmes mit dem Namen Androzyane. Das ist so ein pflanzlicher Farbstoff, der mitunter für verschiedene Färbungen sorgt. Mal heller, mal dunkler, mal ins Violett gehend, mal ins Schwarz gehend, aber eben auch mal ins Blau gehend. Und dafür gibt es sogar relativ gesunde Beispiele, unter anderem Feigen, die für ihre blaue Außenhülle bekannt sind. Blaue Zwetschgen, blaue Trauben, blaue Algen, die überall in hip und coole Produkte mit reingemischt werden, um eine blaue Färbung zu erzwingen. Stichwort Spirulina. Und man kann die entsprechende Liste endlos weiterführen. Heißt also, das, was ihr da suggerieren wollt, das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Aber es ist ja schön, dass Ihnen selber aufgefallen ist, dass Sie Mist labern. Sie sprechen in eben jener Anzeige in so einer kleinen Kachel nämlich noch davon. Übrigens, Blaubeeren oder Blaukraut haben zwar blau im Namen, aber nicht in den Farbpigmenten, sorgt die Wissenschaft. Und auf die sollte man ja bekanntlich viel öfter hören. Edeka, die Wissenschaft sagt entsprechender, ich habe das Wort schon wieder vergessen, Anthrozyane sind für eben jener Blau- oder Violettfärbung verantwortlich. Wie genau das ausgeprägt ist, naja, das kommt immer darauf an, wie erklärt man das jetzt einfach, das kommt immer auf die Konzentration bzw. die Beschaffenheit eben jenes Obstes bzw. Gemüses an. Ob nun also das Anthrozyane für eine stärkere Violettfärbung, die mehr ins Rote geht, mehr rote Pigmente aufweist oder eine stärkere Blau- oder Schwarzfärbung verantwortlich ist, das ist individuell unterschiedlich. Das sagt übrigens, liebes Edeka, eure Wissenschaft. Aber ist sicherlich zu viel verlangt, wenn man über solche fachspezifischen Sachen redet. Die muss man als Lebensmittelhändler aka neuer Politiker-Propagandist natürlich nicht wissen. Das sind jetzt so störende Fakten, wenn man doch darüber sprechen will, dass Blau ganz böse ist. Der natürliche Feind. Und andere Sache, liebes Edeka, wenn man sich die Anzeige anschaut, hat man so ein bisschen das Gefühl, die richtet sich ein Dreijähriger. So, als würde Sabine beim Kinder-Yoga die 10 Monate alte Maya Luna, was weiß ich, Povalskovic, Maya Ubungu, davon abhalten wollen, Malte Torben mit der Reißwaffe eins überzuziehen. So in etwa hat man das Gefühl, ist das Klientel oder eben jenes Klientel richtet sich diese Anzeige in Babysprech. Anders kann man es nicht nennen. Das ist so dieses von oben nach unten Belehrende von wegen, wir haben die einzige Wahrheit gepachtet, ihr seid ganz böse und gemein und weil wegen Moral und Vielfalt und eigentlich unsere Brieftasche, wollen wir, dass ihr macht, was wir wollen. Glaubt ihr wirklich, dass das bei erwachsenen Leuten zieht? Also jetzt ohne Ironie und Sarkasmus, habt ihr wirklich das Gefühl, dass Leute, die in einen Supermarkt gehen, da politisch belehrt bzw. indoktriniert werden wollen, nee. Wer in einen Supermarkt geht, der will in aller Regel einkaufen. Der will was zu futtern mitnehmen und seine Ruhe haben. Verschont werden mit irgendeiner Propaganda. Und wir haben in der Vergangenheit einige große Marken, große Firmen erlebt, die auf ihren politisch korrekten Trip vielleicht nicht den allergrößten Erfolg hatten, die anschließend dann mitunter in die Insolvenz gerutscht sind, weil die Kunden schlichtweg ausgeblieben sind. Nicht mal unbedingt wegen der generell schlechten wirtschaftlichen Entwicklung, sondern ganz, ganz gezielt, weil Kunden gesagt haben, Moment, wir wollen einfach nur Produkt so und so konsumieren. Wir wollen aber da keine politische Umerziehung durchlaufen währenddessen. Heißt also, wenn eine Firma es nicht akzeptiert, dass wir eine andere Meinung vertreten, als diese Firma es gerne hätte, dann werden wir uns von dieser Firma fernhalten. Und dafür gab es nun Dutzende Beispiele, am besten absurdes An aller Zeiten in den letzten Jahren. Es ist nämlich immer eine relativ schlechte Idee, anderen irgendwas aufzwingen wollen. Und als Supermarkt ist es verdammt nochmal nicht eure Aufgabe, Wahlkampf zu betreiben. Aber man möchte ja hip und cool und modern und vor allem politisch korrekt sein. Und da kommt man dann mit so einem Schnullipups in die O um die Ecke. Blau als Feind der Natur. Interessant, dass Wasser für gewöhnlich seit Jahrtausenden übrigens blau dargestellt wird. Ja, Wasser selbst ist farblos, muss man nicht drüber reden. Aber durch entsprechende Algenbildung, beziehungsweise die Lichtbrechung auf der Oberfläche, wirkt es in aller Regel blau. Und wofür steht blaues Wasser gemeinhin? Für gesundes Mineralwasser, für etwas Überlebensnotwendiges. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd. Ist nämlich nicht unbedingt ein Warnsignal. Wenn man einen blau schimmernden Gebirgssee aus der Ferne sieht, dann weiß man in der Regel, oh, das ist sauberes Wasser, das kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit trinken. Ja, wenn man sich eben jenem blau schimmernden See nähert, dann sieht auch seine nicht mehr blau aus. Ist klar. Ja, geht dann mal ins Farblose, mal ins Grüne, mal ins Bräunliche, je nach Wasserbeschaffenheit. Bei wirklich sauberen Seen ist es dann meistens eher so das Transparente. Aber durch eben jene Lichtbrechung schimmert Wasser öfters, nicht immer, gerne mal blau. Und das ist nun alles andere als ein Warnhinweis. Ich könnte unverträglich sein. Was für ein Schnullipups. In der Regel ist es sogar so, das muss man jetzt natürlich unterscheiden zwischen verschiedenen Lebensmitteln. Aber in der Natur ist es oft so, dass roten Warnhinweis ist. Nicht immer rote Äpfel zum Beispiel sind jetzt absolut nichts Schlechtes. Kirchen sind auch nichts Schlechtes. Aber rot, beispielsweise bei Pilzen, ist ein ganz klares Indiz. Dafür bitte nicht essen. Rot in der Tier- und Pflanzenwelt steht oft dafür, Achtung, ich bin jistig. Ja, natürlich, beim Obst ist das ein bisschen anders. Rotes Obst ist nicht besser oder schlechter als gelbes, grünes oder eben blaues Obst. Aber wenn man mit so einer populistischen Schwachsinnspropagandaschine um die Ecke kommt, dann bleibt doch bitte bei den Fakten. In der Natur ist normalerweise rot ein Warnsignal. Blau für gewöhnlich nicht. Aber man kann es ja mal versuchen. Es gibt sicherlich den ein oder anderen Vollpfosten, der diesen Schnulli auch noch glaubt. Aber schön, wie sie sich dann auf die Wissenschaft berufen. Edeka, ich habe es muxel vor einigen Jahren schon gesagt, die Wissenschaft in als solche gibt es nicht. Das mag jetzt euer Weltbild zerstören. Es gibt Wissenschaftler, die unterschiedlichste Thesen aufstellen und eben jene mit Beweisen untermauern möchten. Diese Wissenschaftler sind aber für gewöhnlich dafür bekannt, dass sie sich gerne streiten, ganz unterschiedliche Thesen aufstellen, dann miteinander in einen Dialog gehen und versuchen durch diesen Austausch der Realität nahe zu kommen. Heißt also, wissenschaftliches Arbeiten basiert auf Diskurs, basiert auf unterschiedlichen Meinungen, die gegeneinander argumentativ ins Feld ziehen, für die Belege oder eben Möglichkeiten zum Widerlegen gesucht werden. Das ist wissenschaftliches Arbeiten. Sich hinzustellen und sagen, die Wissenschaft sagt, ist völliger Bullshit. Natürlich gibt es oft eine sogenannte Konsensmeinung, also eine bestimmte These, hinter die sich viele Wissenschaftler stellen. Das heißt aber nicht automatisch, dass die richtig ist. Die Wissenschaft, wenn man bei dem Thema schon mal ist, liebes Edeka, ist nämlich so ziemlich das, was sich am schnellsten wandelt auf diesem Planeten. Heute noch wissenschaftlicher Konsens, morgen wieder überholt. Heißt also, nur weil irgendeine Anzahl x an Wissenschaftlern etwas sagt, hat das absolut keine Ewigkeitsklausel. Das ist schneller revidiert und überholt, als der ein oder andere beim Eukonid-Buffet ankommt. Aber das wird ja hierzulande auch immer gern vergessen. Da wird ja so getan, als wäre die Wissenschaft etwas in Stein gemeißelt. Das ist so, das ist unumstößlich. So, naja, sektenartige Richtung. Insekten ist es ja, oder in gewissen Religionen ist es ja so, das ist unumstößlich, ist einfach so, davon nicht hinterfragt werden. Ja, das ist eben der Unterschied zum wissenschaftlichen Arbeiten. Das wird hinterfragt, das muss hinterfragt werden. Da müssen neue Erkenntnisse einspielen. Und da kommt dann eben mitunter auch sowas bei raus, wie wir allesamt live erleben konnten in den letzten Jahren, dass ein angeblicher wissenschaftlicher Konsens, den es nie gegeben hat beim Zombie-Irsen, das war ja mehr so, man hat nur eine Seite gehört, die andere Seite war die ganze Zeit präsent, aber die ist einfach ignoriert bzw. zensiert worden. Aber dass ein angeblicher wissenschaftlicher Konsens wahnsinnig schnell, binnen weniger Tage, komplett kippen kann. Das, was uns über Jahre hinweg, als die Wissenschaft verkauft wurde, ist an ihr selbst schlichtweg gescheitert, mit Veröffentlichung eben jener RKI-Protokolle. Wo drin stand, die wussten von Anfang an, dass es nicht stimmt, was da öffentlich erzählt wird. Das war auch nie wissenschaftlicher Konsens. Das war eine politische Marschrichtung, der alle nachgelaufen sind. Aber jetzt wollen wir nicht über Zombie-Irsen reden, jetzt wollen wir zurück zum aktuellen Vorfall kommen. Edeka meint nun also, euch alle umerziehen zu müssen, in bester Babysprache. Ihr sollt doch bitte nicht blau wählen, weil wegen Vielfalt. Und dann hat sich auch schon der Handelsverband zu Wort gemeldet im Hinblick auf die Wahlen und hat appelliert, dass eine Böse-Afte ja wirtschaftsfeindlich wäre, weil sie gegen Vielfalt sind und sind ja über 100.000 Posten unbesetzt im Handeln. Und wo sollen denn die Leute herkommen, wenn die AfD ja keine Zuwanderung will? Lieber Handelsverband, ist es euer Ernst, seit 2015 sind wie viele Millionen Leute ins Land gekommen? Warum sind denn eure Posten immer noch offen? Offensichtlich lassen sich die Probleme ja eben nicht durch unkontrollierte Zuwanderung lösen. Der Fachkräftemangel müsste doppelt und dreifach behoben sein, wo wir doch so viele Goldstücke bekommen haben. Wie war das wertvoller als Gold? Wer hat nur unsere Rente zahlen? Bisher ist es leider oft so, dass überproportional viele eher von den schon länger hier lebenden alimentiert werden. Und meint ihr wirklich, lieber Handelsverband, dass in den nächsten 10 Jahren alles anders wird, wenn man einfach die Kiste genauso weiterlaufen lässt wie in den vergangenen 10 Jahren? Das löst dann den Fachkräftemangel. Ihr habt genügend Fachkräfte bekommen. Nutzt sie doch. Aber das Problem ist, das funktioniert nicht so gut. Warum nicht? Vielleicht, weil es nicht die Fachkräfte sind, für die sie öffentlich verkauft wurden. Ja, dumm gelaufen, ne? Aber kommen wir erst mal zum Ende. Ihr lest, ihr habt nun mitbekommen, bei Edeka geht es jetzt um politische Propaganda beziehungsweise Indoktrinierung. Wenn sie damit fertig sind, haben sie vielleicht nach den Wahlen, nach den Landtagswahlen auch wieder Zeit, um sich mit Obst und Gemüse zu beschäftigen. Und dann fällt ihnen eventuell auf, dass es durchaus blaues Obst und Gemüse gibt, nämlich sogenannte Anthuciane, die eben jene Färbung hervorrufen. Aber lassen wir so fiese, fiese kleine Fakten außen vor. Propaganda verkauft sich nicht so gut, wenn man sie kritisch hinterfragt. Und nehmen wir einfach so hin, dass es beim Edeka angeblich kein Blau gibt. Ich werde jetzt übrigens gleich beim Edeka vorbeifahren. Ich habe einfach nicht ganz so viel Auswahl hier, am besten Brandenburg-Estan an der Zeiten. Und werde ihnen einen Smoothie kaufen mit blauer Spirulina. In außer Obst- und Gemüseabteilung. Tiefblau eingefärbt. Also so ein bisschen Cyan, so ein Aquablau, jetzt nicht so ein dunkles Blau, mehr so ein bisschen Abklingbecken, Atomkraftwerkblau. Aber natürlicher Farbstoff. Ja, ganz so gesund ist es nicht, aber das liegt jetzt nicht unbedingt an den Obstsorten oder Blaualgen, die involviert sind. Mehr so am Zucker, der reingeknallt wird. Aber trotzdem schmeckt es ziemlich gut. Ja. Denken wir uns unseren Teil. Wenn jetzt schon der Supermarkt uns vorschreiben möchte, was wir zu wählen haben, dann weiß ich, was ich zu wählen habe und es nicht das, was der Supermarkt gerne hätte. Bis später dann. Bis später dann. Bis später. Bis später.